Hi. Hi. Na, wie geht's euch so? Ach, was gut. Okay, willkommen zu Diamant. Äh, mit Pasi. Hallo. Ah, der Pornolocke hat im letzten Part als... Als du... Du bist so ein Faggot ohne Witz. Okay, ich würd sagen, wir fangen nochmal von neu an. Nein, lass uns jetzt drin. Nein! Doch! Nein. Warum nicht? Hi Leute! Nein! Und wir kamen zu Diamant! Ey, nein! Doch! Komm schon, nein! Nein! Das ist doch scheiße! Nein! Doch! Nein, ist es nicht! Doch! Meine Fürze sind Kunst, die schneidet man nicht einfach raus! Zu spät! Du, ich spore, ich werd gleich mittendrin einfach nochmal furzen, dann kannst du's nicht mehr rausschneiden. Natürlich kann ich's dann auch rausschneiden! Nein, die Welt muss es wissen. Auf jeden Fall, Pornolocke hat im letzten Part, Ultra Direct hast du nicht gesehen, also du wirst es vielleicht im Nachhinein... Ich weiß nicht, schaust du dir die Parts an, wo du dabei bist? Ja! Okay, dann wirst du's ja am Ende noch sehen. Vor allem, gerade der letzte Part da... Willst du mich verarschen? Ich guck's mir gerade an, weil ich dabei bin! Oh, geil! Geil! Auf jeden Fall, Pornolocke ist ziemlich OP. Wir können mittlerweile den DP-Teiler von Trap runternehmen oder... Lassen wir noch bis Level 23 drauf. Ähm, hier den Encounter haben wir gefangen. Und dann kämpfen wir erstmal gegen den hier. Pasi, wie geht's dir? Mir geht's gut! Ich hab gerade eine Menge Hähnchen gegessen! Oh, shit! Alter! Jooo! Natürlich hat der in Darkrai Aussetzer, lol! Der will dir was sagen! Alter, mach das wenig Damage! Der will dir was sagen! Mach schade, ich hab Aussetzer-Predicted! Alter, das macht mehr Damage! Lol! Nice! Verdammt, hätte ich mir jetzt den Aussetzer-Predicted! Oh, nee! Oh, nee! Okay, war easy! Pornolocke hat im letzten Part, äh... Oh, Kratz-Furil! Na, brauchst du nicht! Hast du aber nicht so? Nee! Äh, ich hab letztens, ähm... Also Pornolocke hat ein Latios easy gekillt! Nee, die Schild brauche ich nicht, oder? Nein! Okay! Und ich muss dir gleich zeigen, was ich noch für... Warte, was? Reflektor? Ja! Okay, er lernt einfach beides, Leute! Reflektor nicht, äh, was stand da? Verdiene, okay, passt! Ähm, und zwar, ich muss dir gleich noch zeigen... Ach ja, schon, der ist ja blockiert, ne, Moment! Was ich, oh, für, ähm, Items gefunden habe! Okay! Weil ich habe nämlich, in der Trostoruine, da gibt's ja unten vier Items, ne? Und auch so gibt's auch ein paar Items! Oh, Belsa! Und da muss ich dir gleich zeigen, was ich so gefunden habe! Wird langsam mal raus! Oh, easy! Oh, easy! Alter, easy! Pornolocke! Ich liebe es, in Bodenpornolocke! Ja! Und zwar haben wir gefunden... Ein Machoband, ein Seelentau! Oh, leil! Mit Schlauglas! Ja, das ist ziemlich okay, ne? Aber... Ich weiß jetzt nicht, vielleicht später auf Brand oder Trap oder so... Trap oder so... Trap oder das ist ziemlich gut! Ja, das stimmt! Okay! Äh, und zuck! Oh, leil! Wer meint? Ich hätte vielleicht Pornolocke heilen sollen... Aber YOLO, oder? Easy, mein Nigger! Du machst Blattgeißel und du machst Blattgeißel und Doppelkick! Nein, 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 nein! Bei einem Doppelkampf will ich dann doch lieber ein bisschen real bleiben, weißt du? Oh, easy! Guck, Blattgeißel geht sogar daneben! Komm jetzt, easy getankt! Trotzdem, Doppelkick und Doppelkick und Blattgeißel, easy! Wow! Was ist los mit dem Keyword? Du warst mal so cool! Du warst mal so cool! Oh, shit! Okay! Übertreib! Anker! Anker! Geht doch! Weißt du, das ist einfach ein easy one! Das ist einfach so einfach sein können! Ja! 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 Oh, Junge! Okay! Ja, dann gehen wir jetzt nochmal kurz links heilen! Ich brauche eine Locke! Oh, Leute! Alter, wieso haben wir kein Nido- Rino bekommen? Weil du Powerful- Sehr viel cooler gewesen als Roseli, ja! Roseli hast! Ja! That's right! Aha! Okay, wir gehen kurz noch unsere Pokémon heilen, dann... Ich weiß nicht, wie... Wie bald schaffen wir es heute? Schaffen wir die Route oben auch noch, sagst du? Ich denke schon... Reicht den über den Entons vielleicht nicht komplett? Komm, sollst du mindestens in die nächste Stadt kommen. Ist ja noch nicht so, dass Schmerz dort kommt. Nach Schleide! Ich hab' gewonnen, dass es Schleide! Scheide! 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 Hier, gib mir ne TM! Ja, hier! Ose, dannゆ, gratuitiv! Du, 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 du... Qui, du, 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 du... Gena, Easies! Oh, Fred! Ghannas... hier. Amonitas und Alder-Powerful Sneasel. Egal, die ficken du auch nicht. Schniedel. Hallo, Schniedel. Aber wieso gehe ich für Bloodgeist und nicht für Schockwelle? Egal. Weil du den Overkill haben willst. Weil ich der Overkill bin. Oh, Schniedel. Oh. Fünfmal getroffen. Ja, aber die Leute denken sie so, fuck off. Nicht so, puh. Okay, so, jetzt haben wir mittlerweile schon fast alle auf Level 23, außer Luma und Porno-Locke. Deswegen tun wir Luma da hin und geben den EP-Teiler Luma. Kannst du Schlauglas ja dem Pantymos geben. Ja, Pantymos hat halt noch keine spezielle Attacke, von daher ist es eh eigentlich noch egal. Okay, wir müssen noch nach da oben. Was? Hey, lol. Ach, hier ist gar kein Grasfeld hier. Nein. Weil ich konnte hier nämlich... Ich war gerade voll verwundert. Ich war gerade voll verwundert. Ähm... Was? Ich hab's nicht... 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 Oh, okay. Ich hab' ich gekocht. Bam! Bam! Das macht gar nichts. Egal. Volle Slam Pahre. Energiefokus? Pass auf, pass auf. Oh, shit. Ich hab' jetzt gedacht, okay. Let's real. Oh, lol. Ah, hat Zugabe hier Prio? Ähm... Vielleicht. Scheinbar. Das ist ja Ultra-B. Hat's Zugabe allgemein Prio? Nein, oder? Glaub nicht, nein. Nein, nein, nein. Auf jeden Fall nicht. Du lagst wieder, Pasi. Oh, Mann! Nice. Ah! Oh, lol. Knack, krack. Ja, egal. Tschüss, Pasi. Oh, lol. Ist für Bodycheck gegangen. Oh, lol. Ja, easy. Also wie Pornolog einfach alles racked. Das ist krass. Du boitst 21 und die Buna. Okay, passt. Passt. Greifischreiß, okay. Und yo. Holy shit. Okay, Pornologo racked auf jeden Fall alles. Und wir finden hier schon wieder eine dumme Beere. Ich hab' ich was mit Pasi gerade los ist. Ah, das geht da. Hey, ich bin gerade auf den Tesco. Ja, meine Aufnahme ist auch ganz gut abgeschmiert. Ja, Hanshaft? Ja, es müssen wir ganz kurz 321 jetzt machen. Okay, 3, 2, 1. 1. Jetzt. So, cut. Warst du bei den Synchronen? Ja, war bei den Synchronen. Nice. Dann kannst du einfach wieder so hinfangen. Okay, das heißt, ich muss dann wieder... Ja. Ne? Und so. Ja. Okay. Wir machen mal Zugabe. Pass auf, wir machen jetzt die Plays, weil er... tut zwar seine Verteidigung boosten, allerdings gehen wir auf Energiefokus, damit wir critten. Und gehen auf Doppelkick. Und dann... kommt kein Crit. Oh, easy! No Cousins. No, Mew. Egal. Easy. Oh, nee, es war Mew 2. Easy Body Slam. Oh, schlecht. Yo, Alter, hast du gesehen, wie viel Damage ist es zwar? Oh, Para, Gott sei Dank. Hast du gesehen, wie viel Damage ist es zwar? Ich habe vor, die Konfusion eingesetzt. Nein, ich bin blind, Alter. Oh! Bist du blind? Oh, das ist schade. Oh, lol, Alter, easy porno locker. Und dann kommt Porno locker und denkt sich so, hm, ah, come on. Look at my porno, lock at my porno, lock is amazing. Oh, die kämpfen alle. Die kämpfen einfach alle. Ja, ich weiß. Das ist halt noch ein bisschen extra Training. Ich weiß, was ich noch machen wollte. Okay, wir kommen heute doch noch nicht so weit, wie ich dachte. Wieso? Wir haben nicht den Dings, den Turm gemacht unten. Den will ich auf jeden Fall noch machen. Ach so. Hä? Ach so. Ja, ja. Yo. Warte, was will der Fakt? Ach nee, ich will keine Kumo Milch. Kumo Milch. Kumo Milch. Nee, der wollte nicht kämpfen, siehst du? Und der wollte auch nicht kämpfen. Und der will kämpfen. Sag ich doch alle. Oh, ein Maskeregen. Sag ich alle. Daniel. De komi de Daniel. Was? Oh, ein Nidorena. Also wir haben gleich kein Bodyslam mehr. Ist egal, easy. Es ist einfach die ganze Bodyslam. Easy. Warte, wer kommt rein? Enter. Ja, okay. Ach, easy. Peng. Puff. Doppelkick. Tot. Easy. Aber ich tue jetzt noch was anderes nach vorne. Ich tue jetzt Luma noch für den letzten Kampf nach vorne. Und dann nehmen wir gleich. Alter, alter. Alter. Ah. Amk. Du musst dir mal vorstellen, ne? Alter, genau. Als ob. Das passt. Stell dir mal vor, du bist einfach so ein Typ in deiner Tasche. Du schaffst einfach nicht so. Du willst den Pokéball in die Hand nehmen. Und dann schaffst du es einfach so nicht so. Ah, verdammt. Genau so. Und dann nimmst du so in die Hand. Kannst du auch so falsch hin. Ach, verdammt. Und dann läufst du wieder gegen die Hand. Das war damals noch so cancer. Mit den. Und dann lauf ich gegenüber. Genau. Ah, genau. Richtig. War schon da gerade zu peisen, ne? Ach, keine Ahnung. Das war's mir egal. Alter, der heißt Nurse. So eine Krankenschwester einfach. Och, come on. Der hat einfach nur Pokémon, die mich einschiefern. Und Blutzaur macht voll viel Damage. Und Geduld ist gerade echt ein bisschen kacke. Ist ja egal. Wow, jetzt ist es aufwachen müssen. Oh, nice. Warum bist du jetzt schnell? Alter. Natürlich geht dir ein Crit. Das ist so traurig. Luma ist irgendwie so ein richtiges Opfer. Ja. Tschüss. Ist es halt auch ein echt? Nein. Oh, du machst das normale Galaxie gespielt. Das ist halt wirklich ein Opfer. Ja, stimmt schon. Natürlich kommt Brutalander. Sierra hat Fick Brutalander. Ich hab kein mit Roi-Tap. Scheiße. Flinkler. Oh, die Tech-Ticks. Oh, shit. Oh, die Tech-Ticks. Oh, lol. Alter, der will mich overkillen. Ja, okay. Der meint. Mit Kopfduss. Jetzt will er mich auch noch flinchen. Oh, der Tech-Ticks. Und jetzt hat er auch noch Biss. Oh, die Tech-Ticks. Oh, schade. Oh, come on. Oh, easy. Ich hab dir gesagt, den Klo ist gut. Ja, okay. Ich hab es dir doch gesagt. Ruhiglich bitte, passig. Nein, ich hab mein Penis auf den Tisch genommen. Hast du deine Tabletten wieder nicht genommen? Ja. Wir machen jetzt noch den Turm. Den Tower of Destruction. Frag mich nicht, wie ich auf den Namen komme. Mein Vater kommt wahrscheinlich gerade rein. Er hat mich gerufen. Ich hab's gehört. Sag ich mir jetzt mal, was geht er ab? Sagen. So, jetzt was gehen wir an. Die Leute wollen. Ja, ja, wir fangen gleich. Ist das zu haben, möchtest du dir zu oft? Ja, ja, mal. Nein, das wäre schon. Ist das deine Aufstellung oder aufgeladen? Äh, fast ja. Ist das deine kaputt jetzt? Ja, ja. Einfach Fasins, Vater. Ja. Du sollst was geht abfragen. Ich hab's geht ab. Er lächelt schon. Warte, warte, warte. Ja, ja, noch. Das ist eine neue Version. Was geht ab? Alter, Fasi, ich liebe deinen Vater. Ich liebe meinen Vater auch, danke. Ja, ja, einfach Gespräche. Meine Familie ist auch eure Familie. Richtig. Ohne Witz, ich liebe in dieser Gen den Sprite von Schwalbini und Schwalbos. Den finde ich echt gut. Ich weiß nicht, ich feiere den irgendwie. Klingt für mir den Win der Woche. Familie Win, ja. Ach, kriegen wir hier nicht noch ein neues Pokémon oder hier noch ein Item? Die riesen Alperle. Die riesen Alperle. Hier kriegen wir einen neuen Encounter, ne? Also... Ja, ich meine schon. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Was hat der? Aliquid. Okay. Bitte keine Statik, danke. Oh, Encounter und... Oh, wow. Warte mal. Ich glaube, den gibt's auch an sich drin. Ich guck mal ganz kurz nach. Wie hast du das? Nein, Traumato gibt's in der Gen nicht. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich geh für Volley Slam. Wenn's jetzt nicht tankt, dann tankt's jetzt nicht, okay? Okay. Okay. Oh, lol. Easy. Du, also ganz ehrlich, Hypno ist kein schwaches Pokémon. Ich würd's sogar stärker als, äh... Ja, stimmt schon. Als Platimus einschätzen. Oh, ich hätt's gedacht, das ist ein Pädo-Bär, aber... Jetzt ist es einfach ein Pädo-Göl. Warte. Das ist echt Pädo. Nee, warte. Warte, ich muss kurz gucken. Warte. Aber ich hab's Pädo-Bären nennen. Bären? Bären. Bären. Wen nennen wir sonst? Päd-Bär. Pädoline. Pädoline. Pädoline? Ja, genau. Hallo, Pädoline. Komm, Ässens-Fartig. Pädoline. Pädoline. Klingt so wie Pädoline, oder so. Okay. Jetzt wird's ein bisschen zu viel. Okay. Stabollelele. Bitte, ob kein Mitrohr hat, danke. kann schalte aber nein alles nicht okay naja meint es ist aber bedrohlich der paupen oloi alter vorne locker rekt einfach alles nur jetzt sind alle auf level 23 meist und doppelkicke und doppelkicke heisein ich bin wirklich einfach zu zu strong du musst es mal austauschen glaube ich oder oder willst du vorne weiter kämpfen aber ich lasse vorne locker noch bis level 25 vorne ja vorne locker oder im monat das würde ich mir auch eine porno locker tun peng ach easy porno locker ach easy porno locker und der trifft ja ich hab nicht gerade eine brille was nice wen haben wir als zweiter stelle ist immer noch luma osandan und oh nice ok ja der ist doch perfekt ja zack 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 easy und easy alter die 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 Fähigkeit. Also ja, ja, ich weiß schon, was du meinst mit Mach-O-Mai, wenn es da Geo-Visur kann, Alter. Sagst du aufheben bis zum bitteren Ende? Nein. Oh shit. Nein. Aber du bist im vier-, du bist aber in einem Doppelkampf, demnach ist alles geschwächt worden. Ich will trotzdem Zera rausgehen und... Friend? Nein, 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 das ist der Garnavis. Ich will sogar ein Kilo annehmen. Ich würd mir die angucken, wer die höchste Death hat. Ihr musst in Brand gehen. Warte mal. Nee, Pornolocke. Ja, Pornolocke, aber bleib doch mit Pornolocke drin, geh auf Doppelkick, versuch das Ding, nee, geh auf Bodyslap, versuch das Ding zu paarern. Ja, mach. Mach. Und dann mit Luma würde ich halt rausgehen in Zera. Ohhhhhhhhhh. Easy, Alter. Mmmmm, lecker. Jetzt will ich rauswechseln mit deinem Zera. Halt's ab. Nein, Junge, Wasser-Tacke. Go. Flinklau. Okay, was war's? Ich glaub, es hat doch ne 100%. Du hast so Glück, Timon. Ich sag's dir doch. Easy, Alter. Easy. Ich sag's dir. Tu's nicht, Wasser-Tacke. Ja, easy, go. Hahaha. Ach, weißt du was? Scheiß drauf. Bei dir klappt's ja sowieso. Ah, easy. Hahaha. Und ihr bekommt auflockern. Ja, ach nee, wir können hier stärken, Leute. Ich dachte, wir bekommen hier auflockern. Bei dir funktioniert's ja sowieso, also was halt ist. Ja. Ist halt easy. Es war halt einfach easy, weißt du? Mhm. Easies Play of my life. Doch, die Klauigkeit wird zu 100% gesenkt. Ja, hab ich nicht gedacht. Ja, aber dass ihr da nicht trifft, das ist schon ziemlich krass. Ja, ja. Das ist echt. Vor allem zuerst die Flinklaue. Wie heißt der Turm nochmal? Wie heißt der Turm nochmal? Äh, ich hab grad gesehen, äh, Traumator war die Pokédex Nummer 0, das heißt, da wäre so oder so. Hä, ist es die gleiche Route? Da steht kein neuer Name, ne? Ja, deshalb. Ich guck mal nochmal nach, Route. Deshalb, das hat mich grad gewundert. Weil wenn ja, da wäre Traumator, also es wäre nur Traumator. Ja, klar. Route 209, war das glaube ich, ne? Mhm. Schau mal nach, ob da irgendwas mit dem Turm steht. Weil, da stand jetzt halt grad nichts, das hat mich halt dem gewundert. Ja, klar. So, hätten wir Route 209 in Sinnoh, Pokélichin. Da gibt's dann, äh, der geweihte Turm, der geweihte Turm, ist eine kleine Turmruine, hat er gespielt. Ja, ja, es muss ja ne neue Route sein, weil guck, weil, äh, wenn wir aus dem Turm rausgehen, steht da ne neue Routenanzahl, verstehst du? Sonst würde es ja nicht dort stehen. Ja, stimmt. Mal eben gucken, wilde Pokémon. Traumator gibt es nicht. Hä, es geht mir nicht um Traumator. Ob's ne neue Route ist? Ja. Ja, ist es. Aber, okay. Turm der Ruhenden. Ja, Turm der Ruhenden. Also wir tun jetzt, äh, Pedoline rein, sagst du? Äh, ja, also ich würde es reinnehmen. Okay. Und lass ein Pornolocke nach vorne. Kann Pedoline auch was wäre, ist jetzt die Frage? Unter dem Turm der Ruhenden? Ja, kann es. Wow. Wow. Alter. Noch nicht, noch nicht, okay. Oh, no. Oh, 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 oh. Musst du unsere Pokémon heilen? Ich glaube, das haben wir gemacht. Okay, regnet's, das ist... Warte. Das ist Hyperstrahl? Nein. Nein. TM15 ist Hyperstrahl. Ja, das heißt, jedes vollentwickelte, fast so gut wie jedes vollentwickelte Pokémon kann Geophysur lernen. Das heißt auch Machomai zum Beispiel. Ich guck das jetzt nach. Schau mal bitte, welche Schild, welche Schildes Pokémon es gibt, die Hyperstrahl lernen können. Äh, ich wohne dann leider Schild los. Ich meine, Machomai. Unser neuer Encounter ist... KIKUGI! Ist das gerandomized oder ist das normal auf der Route? Das gerandomized KIKUGI kriegt man nur an Honigbäumen. Sollen wir für Doppelkick gehen? Sollte es tanken, oder? Scheiß drauf, wenn das Ding stirbt. Stimmt halt. Nee, es tankt ist auf aller Wachstum. Außerdem mag ich Kinoso. Und eure rechter Hand. Welche Pokémon haben wir? Also Machomai lernt's auf jeden Fall. Wir haben einen Crit bekommen. Oh, nice. Er hat einen scheiß Crit bekommen. Ich hab doch gesagt, es ist egal. Ich mag aber Kinoso. Ja, wenn du es sagst. Ähm. Ja, wenn du es sagst. Oh, warte. Hypno kann das dann später auch erlernen. Ja, aber es hat kein Schild los. Ja, wer hat denn... Pantimos... Warte, konnte Pantimos gerade Geophil so erlernen? Hm, hab ich nicht geguckt. Guck mal ganz kurz nach, damit ich das weiß. Pantimos ist Dings. Pantimos ist auf der Box. Ja, ich weiß nicht. Nein, ich will jetzt nicht wieder zurücklaufen. Oh, Schaledos. Welche Pokémon haben denn da das Schild los? Ich weiß das gar nicht. Also, Taubos hat das... Ja, Mega Taubos halt. Mega Taubos hat das halt. Machomai. Aber ich glaube, es gab damals nur Machomai, der das hatte, oder? Duoklis weiß ich halt. Ja, ist ja jetzt egal. Machomai wäre halt OP. Machomai mit Geophil so, hast du das Spiel inzwischen gewonnen. Quasi, ja. Sagst du. Machomai ist aber auch nicht unglaublich schnell. Und man hat ja nur mindestens 8 AP. Äh, höchstens, sorry. Easy Golgantis. Ja, toll. Oh, TM66. Was ist es? Äh, Dornkanone. Naja, ne. Kann keiner lernen. Nice. Einfach Geophil so, Alter. Illdeo bestimmt ein Item, oder? Nicht? Schade. Schade. Zerschneider, go. Ich weiß noch, hier auf der Route ist damals Tim Slushokin gestorben. Kann das sein? Erinnerst du dich? Ahm. Namens Hose. Ich bin mir ziemlich sicher. Machomai! Ich habe das jetzt Play, glaube ich, nicht gesehen. Eigentlich nicht? Mhm. Ja, das ist schon eine Weile. Alter, mach ich wenig Damage, holy shit. Bedroher? Okay, ich habe einen Bedroher draußen. Ja, aber trotzdem. Ja, okay. Ich glaube, euch ist dann wäre sogar... Ha! Toll. Easy. Hallo, Cera! Warum setzt du jetzt bis heim, du fängelt? Weil er sich die Akku-Bälle aufsparen wollte. Skorgler. Ja, können wieder ein Pornolog raus. Skorgler sah ja auch cool aus. Ja, Skorgler hat eine komplett andere Farbe. Ich war... Es war so lila und jetzt ist es irgendwie so blau, ne? Nein, nein, genau. Andersrum. Jetzt ist es pink und früher war es blau. Ja, genau so was. Und blau ist jetzt die shiny Form. Stimmt, ja. Stimmt, ja. Ja, 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 ja. Ähm, was kam noch mal rein gerade? Ich habe keine Ahnung, du skippst das zu schnell. Nein, es wird halt immer schnell geskippt. Potrot war es genau. Oh nein! Füßkick, Schockwelle, Schockwelle. Step, life up. Ah, und jetzt ist Bodyguard. Wow! Wow! Blaggeister. Waaau! Okay. Oh leil! Er kann gedroht? Ja, ja, egal. Du fixst ihn jetzt. Ähm... Ja, okay. Oh, schon wieder eine scheiß Beere. Alter, die Saka-Beeren. Aber die Saka-Beeren ist nicht schlecht, aber... Ich will hier keine Beeren benutzen. Doch. Vor allem keine, wo ich unter 25 Prozent... Ah, ich hasse Roserade. Roserade? Aber du müsstest... Wannst du das? Komm, du wirst es bestimmt einen Hinten, Alter. Passt. Das macht guten Damage. Holy! Body Slam ist eine hundertprozentige Treffe. Ja. Aber was, wenn es ein Speed-Teil war? Ja, dann wechsel raus! In Glurak. Ja. Holy moly motherfucking Macaroni. Nee, auf Migasaugern. 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 Auf Migi-Saugern. Hm, Migasaugern. Hä? Regen. Ah ja, schon es regnet. Na, meint. Hä? Glut! Hä? Okay. Ja. Genauso, nicht anders. Genauso. Ähm... Denn es war fair und es war schwarz. Ah ja, wir sollten gleich dem Mund hier noch einen super Trank geben. Ja. Wäre gar nicht mal so froh. Wäre von Vorteil auf jeden Fall. Mhm. Wäre mal schön. Okay, ähm... Morb-Bären. Vielleicht schaffen wir die Route doch noch, aber es wird echt close. Die müsste doch eigentlich gleich fertig sein oder nicht? Nein, nicht gleich. Also es dauert schon noch ein bisschen. Wir müssen hier noch hoch. Mal hoffen. Ey, wir kriegen nur Bären, ohne Spaß. Alles voll mit Bären. Aber Timo, die Bären. Du bist nicht viel. Es gibt überall Quiekeln, ne? Ich denke, ich miss dich. Every time... Okay, wir sollten mal auf. Also... And I... Always love you... Wuhuuu... Dann geht immer wieder ein Quiekel Renko. Ich würde dir ja fragen, ob das einmal einblenden könnte. Sondern ich weiß, dass du das eh nicht tust. Weil das so oder so vergessen wird. Oh, shit. Der kann Fuß kick, ne? Nein, kann er nicht. Doch, kann er. Echt? Das war doch... Hast du's nicht als der angegeben? Mhm. Oh, doch, kann sein. Siehst du, sag ich. Oh, der hat keinen Eifern. Ha, ich bin so klug. Wie krass du dich einfach gerade selber gepusht hast. Ja, ich. Oh, yo! Yo, mein Nigger. Luma? Luma, ja. Es, es regnet. Plus Aqua, genau. Plus Groundon, gleich tot. Oh, nein! Oh, so ein Pagot! Dann habe ich nicht gedacht. Ich auch nicht draußen bleibt. Trend? Ja. Oh, was? Wechselrau... Gegen Kiloa, oder? Keine Ahnung. Ich habe ein Problem, ne? Ja, gegen Kiloa, keine Ahnung. Holy shit, Timo. Metallklaue ist normal. Erinnert trotzdem nicht daran, dass ich Angst von der... Ich schau jetzt nach, was grounden und kann auf Level 22. Oh, die soll ich machen? Nee, nee. Oh, jetzt hat man, glaube ich, kurz was gesehen, ne? Ja, meint. Soll ich machen? Äh, nee, ich auch schon. Bin gerade schon drauf. Groundon! Der Alte! Holy shit! Er kann in der vierten Gen... Bisschen losscrollen. Lehmschuss! Antikraft! Das ist gut! Gegen dich! Lehmschuss, Antikraft und Schlitzer... Und Flammenschuh. Kann er bis jetzt. Nee, das alles hat Goldschuhs über. Ja, Alter, Lehmschuss one-hitted dich. Das kann ich dir besprechen. Also, sein Moveset wird wahrscheinlich so aussehen. Lehmschuss, Grimasse, Antikraft und Schlitzer. Das one-hit alles in deinem Team. Kann ich in Luma gehen? Du müsstest... Nein, nein. Du müsstest... Porno-Locke aufheilen. Oder nicht? Ja, und wie? Ja, wie? Irgendwas musst du sacrifice. Soll ich... Soll ich in Pedoline gehen? Ja, du wirst wahrscheinlich eine Move tanken. Wir schauen erst mal um eine Bo... Ah, Schlitzerstandagrad. Vorwarnung. Oh, nice. Pedoline tank ist sogar ganz sick. Dann gehst du jetzt einfach... Heißt du dich einfach hoch? Lehmschuss, ja. Nee, sie sag ich doch. Er hat lebenschuss, ja. Dann sagte, du könntest an der Pedoline jetzt aber trotzdem mal ganz gut hochheilen. Nein, brauchen wir nicht. Okay. Dann gehst du ein Pauno. Wir gehen Pauno-Locke. Lebenschuss. Und? Egal, egal, egal. Ist okay, ist okay, ist okay. Body Slam. Body Slam. Oh, Leute, wir können auf Dings gehen. Wir können auf Dings gehen. Zugabe. Oh, Leute. Oh! 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 Wir werden ultra langsam sein. Ist doch egal. Ja, ich weiß. Alter, ey. Holy shit. Das war gerade close. Oh mein Gott. 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 Okay, da kann man drin nehmen. Holy shit, Alter. Hi. Ja, ja, gleich. Das wird alles in Aufnahme. Kannst du es raufschneiden? Bitte, danke. Was soll ich es raufschneiden? Ja, wenn du willst. Aber da willst du es drin haben? Deine Familie ist deren Familie. Ja, okay, gut. Dann haben wir aber eine andere Familie. Eins auf der Erholung einsetzt. Egal, wir haben noch Kilua voll im Kaffee. Fast voll im Kaffee. Dann, ja. Genau. Go. Oh Mann, Alter. Das war gerade ultra-intens. Hätte... Und jetzt Pedolina hat uns gerade gerettet. Ich meine, Pantumas hätte das gleiche getan, weil es hätte sogar noch eine bessere Spitze gehabt. Aber Schlitzer hätte uns ziemlich zerstört. Hm. Aber... Holy shit. Ohne Scheiß, ne? Du kannst ja sehen, was du willst. Aber... Pornolog ist einfach MVP in diesem... Bis jetzt. Also... Seitdem es da ist. Es war einfach MVP. Bis jetzt, ja. Ja. Wir dachten so, ja komm, easy auf Stern, du weißt du, ist halt so Regen und so. Warte, was? Vorher mit der Jen, hört das ja nicht nach fünf Runden auf. Ja, das ist richtig ätzend. Okay. Alter, Späle. Geht da oben? Äh, schauen wir gleich. Oh, Rückenwind. Oh, ja, scheiße. Können wir verkaufen. Könnten sie nach einem... Oh, Leute. Ich wünsche ich hier Dragoran. Dragoran. Richtig wann? Ne. Oh, doch, doch. Hä? Wo liegt es? Da ganz oben würde ich bauen. Geh mal ganz oben. Nein, ist hier irgendwo rechts oder so. Hä? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hä? Keine Ahnung. Ach, da. Lol. Hä? Warum haben wir es die ganze Zeit nicht gesehen? Hier? Hier? Hä? Mach nochmal. Ach, hier. Oh, lol. Genau, jetzt kommt ein Dratini. Schäfer ist einfach shiny. Ich hatte gerade irgendwie das Gefühl. Wow. Kalzium. 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 Zwei Gold Dublonen. Zwei Gold Dublonen. Plastik. Und noch KW Plus. Wir sind reich. So langsam haben wir keine Sorgen mehr. Außer Finale und Explosion. Juhu. Drogen. Was? KW Plus und Kalzium, das ist alles Drogen. Ja. Und immerhin haben wir ja schon Konfusion mit Pedoline. Easy. Weil dann wirklich jetzt nicht 22, 32. Äh, ich glaube jetzt, also wenn ich jetzt schätzen müsste, würde ich, ähm, ich hab Traum-Moto. Du was? Ich wusste jetzt das gerade ein, denkst du so. Also wenn ich jetzt schätze müsste. Nein, ich würde 28 sagen und das ist 26. Okay, ist, dauert gar nicht so lange. Ist easy, ist easy. Ich hab grad einfach Traum-Moto angegeben. Traum-Moto. Traum-Moto. Nein. Doch. Ach, du faggetlein jetzt, wenn du stirbst, ne? Ich lach dich aus. Nein. Doch, ich lach dich aus. Ja, also. Ah, Meditation. Oh. Moment. Ich will keine Meditation auf meine scheiß Psycho-Pokémon. Und, 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 und. Zeigold Diplonen! Alter, der hat noch mehr Pokémon? Alter! Machen wir den hier? Den hier? Oh, das ist, glaub ich, ganz sick. Ich hab dir gesagt, wir tanken, das ist auch wie es. Das ist gut. Ist gut. Und? Oh. Nein, Alter! Du unterschätzt vor der Locke voll. Nein, das ist MVP. Ja, dann unterschätzt es nicht. Doch. Und lern es lieben. Tue ich. Nein! Nein! Ohne Witz! Stopp, warte, du bist im Doppelkampf. Stopp! Heil dich hoch. Und wechsel raus. Ich kann für Blattgeister gehen. Ich tank eine Lehmstelle. Kannst mir sagen, was du willst. Lehm Schuss ist das. Okay, easy. Ist egal. Bodieslam, äh, Ruckzuckieber. Ruckzuckieb. Ja, go. Ah! Oh! Holy! Timo! Holy! Wie viel Kp haben wir? Wir haben ein Kp. Wir haben ein Kp. Wir haben ein Kp. Wir haben ein Kp. Alter, was? So gut. Holy shit! Easy war das, oder? 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 Easy, oder? Indem man auf Glück hofft. Richtig. Glück ist das neue Können. Genau. Was heißt das neue? Und? Wir haben es geschafft. Ich hab's dir gesagt. Wir haben die Route geschafft, und sind bei der soliden Partlänge. Oh! Zwei Gold Duplonen. Plastik! Groudon! Groudon! Ein Kp! Ein Kp! Okay, guys. Das war's mit dem Parts. War easy. War auf jeden Fall nicht intens, oder so. War eigentlich locker. Okay. Schaut auf jeden Fall bei Parsi vorbei. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen, lasst ein positive Wert und ab. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Und? Zwei Gold Duplonen! Plastik!